Ich grüße euch nochmals heute am Sonntag. Ich hoffe, euch geht's gut und wir wollen jetzt wieder einmal in das Wochenorakel schauen. Was bringt uns die Woche vom 10. August bis zum 16. August? Ja, was wird die Tagesthematik sein? Wie wird es weitergehen? Wird sie so energievoll und in der Liebe hochschwingend wie diese Woche oder was möchte sie aussenden? Wie immer, kurz vor dem Orakel, zeige ich euch noch ein wenig den neuen Schmuck. Hier das gefüllte Herz mit Jackpot. Das wurde jetzt sehr oft angefragt, daher könnt ihr es auch mal so sehen oder ihr schaut einfach im Shop vorbei. Dann haben wir das Armband der Intuition mit dem wundervollen Engelflügel, dem matten Rosenquarz und den Mondsteinperlen sehr schön intuitiv zu wählen und auch die Weiblichkeit auszustrahlen. Und dieses wundervoll in allen Farben glänzende Prachtstück, das Aurora Armband, das besetzt ist mit Strassstein, das perfekt dich und deine Engel zusammenführt und auch im Channeling sehr, sehr stark auf dich wirkt. Ja, jetzt schauen wir hinein. Wir beginnen mit Montag, dem 10. August. Wir haben heute die Engelkarten mit dabei und schauen einfach mal, welche Engel nächste Woche so uns begleiten. Wir haben am Montag, Theresa, Zeit zum Ausspannen. Du hast dich dauernd um alle anderen gekümmert. Jetzt ist an der Zeit, innezuhalten und für dich selbst zu sorgen. Und das in der Tat. Hier bist du also am Montag schon mal sehr, sehr hoch im Zweifel. Der Montag zeigt dir somit auf, dass du persönlich bei dir noch nicht ganz diese Zeit zum Ausspannen siehst, sondern dass du denkst, du musst weiter tun, weiter tun, weiter tun. Aber das solltest du nicht. Du solltest jetzt auf die Engel hören. Du solltest diese Zeit der Ausspannung und der Ruhe einfach einmal gönnen. Das hatten wir auch letzte oder besser gesagt diese Woche noch mal gehabt, dass man am Donnerstag, glaube ich, stark wieder in die Ruhe gehen sollte. Hier der Tatendrang ist natürlich verständlich. Das Universum sendet derzeit sehr hohe Frequenzen aus und man möchte da auch wirklich viel tun. Nun, hier ist eben aber auch ein bisschen die Existenzangst noch mit dabei, die wo dich immer in der Tat hält. Das solltest du ein bisschen mehr von außen betrachten und du wirst erkennen, dass deine Engel dir immer den richtigen Weg aufzeigen und dass die Innehaltung und das Finden der Ruhe am Montag genau das Richtige für dich wäre. So, der Dienstag. Schauen wir auch mal hinein. Patience haben wir hier. Jetzt ist die Zeit zum Lernen und Informationen zu sammeln. Genieße es, Lernender zu sein, denn in der Zukunft wirst du dein Wissen anwenden. Und das in Bezug auf den Herren mit dem wundervollen Brief in der Hand. Hier haben wir die Thematik einfach, dass du jetzt die Ruhe von gestern einfach auf dich nehmen kannst und jetzt wieder in die Tat gehen kannst. Hier am Dienstag wird dir aber signalisiert, dass du wirklich in eine Art der Zusammenkunft gehen solltest, um dich weiterzubilden. Du wirst hier sehr hohe Chancen in Berufsneusituationen bekommen, aber natürlich kannst du dich hier auch entscheiden, entweder eine Weiterbildung zu machen oder ein Coaching zu absolvieren. Es liegt auf jeden Fall die positive Nachricht, gerade auch finanziell, Dienstag in der Energie und wir sollten uns jemanden finden, der uns führt. Und das sagt die Karte auch zu dir. Du solltest dir ein bisschen Beistand suchen, eine eventuelle spirituelle Führung, wenn du dich dort weiterbilden willst, ist das genau der richtige Zeitpunkt jetzt. Was auch sehr angesehen ist an diesem Dienstag, ist, dass du dein Wissen in der Zukunft anwendest, spricht auch dafür, dass du jetzt lang aufgeschobene Dinge gerne erledigen kannst und somit auch dein Wissen weiter verbreiten kannst. Du solltest auch ein bisschen mehr nach draußen gehen, dich wieder zeigen, nicht verschließen, nicht allein zu Hause versauern, sondern einfach wirklich jetzt diese Tatkraft, die du gestern noch gespürt hast, am Dienstag wirklich einsetzen. Dann wird es auch sehr, sehr positiv für dich laufen. So, wir gehen weiter in den Mittwoch. Und der Mittwoch sagt uns, oh, jetzt wird es romantisch, Chantal, eine neue Romanze steht vor der Tür. Sei es mit jemand Neuen oder durch Wiederanfachen der Leidenschaft in deiner existierenden Beziehung. Sei bereit, Liebe zu geben und zu empfangen. Und das mit Klarheit. Also, wir haben den Mittwoch wieder, der im Zeichen der Liebe steht. Der Mittwoch wird dir also aufzeigen, dass die Romantik wieder steigen darf. Auch die Gefühlswelt darf heute wieder gezeigt werden. Der Mittwoch steht auch sehr stark für die Anziehung, also die Sexualität. Auch die Fruchtbarkeit wird heute sehr, sehr hoch schwingend sein. Da kannst du dich auf Pläne der Zukunft gerne gefasst machen. Wenn du für die Zukunft so, ja, sagen wir planen möchtest, eine festige Beziehung weiterzuführen, dann ist heute der richtige Tag, auch da mit dem Partner drüber zu sprechen. Der Mittwoch gibt dir aber auch sehr, sehr viel Klarheit, welchen Wert du dir selbst gibst und welchen Wert du dir gibst in Form von einem Partner. Aber auch der Partner wird dir an diesem Tag ganz klar die Liebe zeigen und die Leidenschaft auch. Du musst aber genauso geben, wie du empfängst, dann ist alles im Ausgleich und kann gut verhandelt werden. Der Mittwoch schwingt auch mit Chantal gut mit in Form von Zukunftsvisionen, die du vielleicht als Impuls von deinen Engeln bekommst und die du auch gerne wahrnehmen darfst. Ja, dann schauen wir hinein in den Donnerstag. Es ist schön, wenn wir diese Romantik mitnehmen könnten. Wir schauen mal, welcher Engel am Donnerstag vermehrt an der Seite ist. Und da ist Sonja. Das ist typisch, typisch. Ich bringe dir eine Botschaft von einem deiner lieben Verstorbenen. Ich bin glücklich und im Frieden und liebe dich sehr. Bitte sorge dich nicht um mich. Ja, verankert, klar. Das ist typisch, dass nach einem so hoch schwingenden Liebestag, dass die Emotionen ein bisschen eher in die Trauer gehen. Und hier wirst du wahrscheinlich sehr vermehrt an jemanden denken, den du vor einiger Zeit oder auch kurzer Zeit vielleicht erst verloren hast. Es ist auch heute ein Tag, wo man sich sehr weit, weil man ja gestern diese Zukunft geplant hat, wo man sehr weit ins Leben hinein sieht und überlegt, wo liegt denn der Sinn? Also der Donnerstag steht sehr auch unter der Sinnfrage. Ist die Arbeit richtig? Also man geht sehr in den Zweifel. Impulse vom Jenseits wirst du auch bekommen. Du wirst die positive Botschaft bekommen, dass du auf einem richtigen Weg bist. Du wirst aber auch die positive Botschaft bekommen, dass du für dich noch mehr tun könntest. Du solltest deine Angelegenheiten nicht so fest verfahren lassen, sondern wirklich jetzt für dich einstehen. Der Donnerstag steht sehr dafür, sich selbst anzuerkennen, diese Selbstanerkennung auch auszuleben und auch der Außenwelt zu zeigen. Denn in dir drin bekommst du die Impulse und die Antwort. Daher musst du dich nicht um deine Verstorbenen sorgen. Du musst dich nicht um dein Außen sorgen, sondern sorge dich jetzt einmal um dich. Jetzt darfst du Fürsorge für dich aussprechen und somit auch wirklich einen Kreislauf durchbrechen, der dir immer wieder ein bisschen Zweifel gebracht hat. Aber diese Impulsintensivität von deinem wundervollen Ahnen, die wird dich heute erreichen und du wirst auch karmisch daher einer Prüfung unterzogen werden, die natürlich nicht die einfachste sein wird. Aber wenn du genau hinschaust, wirst du das schaffen können. Ja, der Freitag. Wir nähern uns schon dem Wochenende. Der Freitag naht und wir haben... Rosetta, du hast die Gabe, mit jungen Menschen zu arbeiten. Deine göttliche Aufgabe beinhaltet, Kindern zu helfen, sie zu unterrichten oder aufzuziehen. Und das mit der Lilie. Also wir haben die Familienplanung am Mittwoch gehabt mit der Fruchtbarkeit, mit dieser hochschwingenden Leidenschaft, der Liebe. Wir haben gestern diese Trauer gehabt, aber die Auflösung im Ahnen-Karma, im Energiefeld der Ahnen. Und heute wird dir aufgezeigt, dass du bereit bist, eine Familie zu gründen. Wenn du schon deine Familie hast, dass du jetzt, nachdem du gestern sehr stark auf dich geschaut hast, dass du jetzt auch nochmal auf deine Kinder achtest oder vielleicht auch Gutes tust für Kinder. Jetzt nicht nur Gutes für Kinder, auch für dein inneres Kind. Es ist natürlich sehr, sehr wichtig, diese positive Botschaft empfangen zu dürfen. Denn es wurde schon lange nicht mehr gehört. Du warst sehr, sehr im tristen Alltag gefangen. Und dann ist es natürlich so, dass man seine Leichtigkeit verliert. Der Freitag steht dafür da, dass du deine Leichtigkeit heute wieder finden wirst. Du wirst auch erkennen, dass Sexualität immer mehr eine Rolle in deinem Leben spielen wird. Und auch, dass du erkennst, Menschen dein Wissen, was wir jetzt durch den Dienstag zu wissen bekommen haben, Menschen mit deinem Wissen zu versorgen. Und das kann auch bei Kindern sein oder bei Menschen, die vielleicht Erziehungstipps bei dir brauchen oder vielleicht auch Ratschläge für Krankheiten oder, oder, oder. Es gibt ja ein riesen Themenfeld, was Kinder betrifft. Und du liest genau da mittendrin mit der Gabe, diesen Menschen auch zu helfen. Und das ist sehr, sehr schön. So hast du auch deine Sinn, ja, die Frage des Sinns, was du eigentlich hier machst und die Frage nach deiner Berufung, kriegst du am Freitag also schon beantwortet. Das von Donnerstag auf Freitag ist nicht lang. Das ist sehr schön. Diese Impulse, die derzeit mitgegeben werden von der Engelwelt, vom Universum, und die sind so wundervoll. Und der Samstag, Serena, ich bin der Engel der Fülle. Du wirst das Geld bekommen, das du brauchst. Wie das geschehen wird, liegt in Gottes Hand. Hab Vertrauen. Und das ist super. Wir liegen im Schicksal. Wir liegen hier also im Geldfluss. Der Samstag steht also dafür da, dass du ausgeben darfst und annehmen darfst. Ganz wichtig ist, du musst Geld fließen lassen am Samstag. Egal in welcher Hinsicht. Komm vorbei im Shop. Dort kannst du sogar energetische Helfer bekommen. Aber natürlich kannst du dir auch neue Kleidung kaufen, neuen Kühlschrank, was auch immer du brauchst. Hier geht es um die Fülle. Das, was du brauchst, wirst du erhalten. Und du hast sehr, sehr lange einfach auf vieles verzichtet, was du so nicht hättest machen müssen. Jetzt greift aber dein Schicksalsrat und auch so das Karma, das du abgelöst hast von deinen Ahnen durch diese Impulsgebung, die sie dir gegeben haben, kannst du endlich diese Positivität des Geldflusses und der Finanzkraft annehmen. Letzte Woche hatten wir einen ganz, ganz wichtigen Tag am Sonntag dafür und heute wird es noch mal gefestigt. Sieben Tage später wird es gefestigt und kann somit auch für die Ewigkeit bleiben. Wenn du in der Fülle bleibst und nicht im Mangel leben möchtest. Heute wird auch sehr viel für deinen weitergehenden Weg entschieden und die Entscheidungen wirst du nach Intuition treffen und daher bist du auch dort in der Positivität natürlich beheimatet. Und das ist wunderschön. Dann bleibt uns ja nur noch der Sonntag und ich freue mich schon richtig darauf, da hinein zu schauen. Denn diese Woche hat Höhen und Tiefen, was auch mal wieder gut ist. Wir können nicht konstant in der Harmonie bleiben. Wir müssen uns ab und zu auch mal sammeln und auch Emotionen wie Neid, Haas, Missgunst, Trauer, alles was so auch mal hinauskommt oder in uns aufkommt, aus Versehen, vielleicht auch nicht gewollt, müssen wir auch mal verarbeiten. Und das wird halt am Donnerstag so ein großer, großer Schritt sein. Aber der Sonntag beschließt sich mit Adriana. Ich führe dich zur Antwort auf deine Gebete. Bitte folge den Schritten, die ich dir durch deine Intuition, Gedanken und Träume mitteile. Und das ist auch die Intuition gewesen, jetzt dieses Orakel einzuschalten. Und da haben wir das innere Kind nochmal. Eindeutiger geht es nicht. Heute darfst du nochmal ganz zurückblicken, wo deine Wunden in der Kindheit liegen. Das wirst du auch heute sehr stark gespiegelt bekommen durch Träume, durch Gedanken. Und das sollst du wirklich annehmen und auch wirklich durchleuchten. Weil wenn du dieses innere Kind komplett in die Heilung bringst, dann kommt die komplette Leichtigkeit wieder in dein Leben und auch dein Lebensfrohsinn. Dann gibt es sowas wie die Trauer vom Donnerstag, gibt es vielleicht noch ab und zu, aber nicht mehr so kontinuierlich wie in letzter Zeit, auch die Energiefresserei kann an dir nicht mehr so haften wie bisher, weil du einfach gelöst bist und das vollkommen bei dir. So, wenn du deine persönliche Kartenlegung auch gerne hättest, schau vorbei auf www.timos-lichtblick.com. Wenn du gerne an dem Heil-Energiesteinschmuck interessiert bist, dann schau vorbei auf www.spiritual-shop.de. Ihr findet wie immer alle Links unten in der Infobox. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und bleibt gesund. Bleibt wie ihr seid. So, ich wünsche euch einen schönen Sonntag.